hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu hause ich bin die danni und heute gibt es endlich die auflosung des meines 400 abonnenten gewinnspiels wenn dich interessiert wer gewonnen hat dann bleib einfach da ich möchte gerne heute den gewinner oder die gewinnerin bekannt geben 400 abonnenten gewinnspiel das video dazu werde ich unten in der infobox verlinken und ja ich habe da ein päckchen Paket zusammengestellt es ist schon versandfertig verpackt und zwar ist da noch so Ewa Palette drin und noch ganz schöne Teile schaut euch einfach das Video unten an und wisst ihr was da drin ist genau und ja ich werde mich jetzt ran machen an den random picker und werde dann den Gewinner auslosen so der Gewinner oder die Gewinnerin Carlo Aobutu ja ich weiß jetzt nicht ob du eine Dame bist oder ein Herr ich weiß dass du bei mir doch kommentiert aber jetzt muss ich mal gucken Carlo Aobutu oder ist das vielleicht ein Pseudonym ich weiß es nicht auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch du bekommst dieses Päckchen dieses tolle Päckchen zugeschickt melde dich einfach innerhalb von zwei Wochen schreib mir einfach eine E-Mail schick mir deine Adresse und dann werde ich dir das Paket schnellstmöglich zuschicken genau ok und für alle anderen die mitgemacht haben vielen Dank dass ihr mitgemacht habt und das nächste Gewinnspiel kommt bestimmt denn wir sind jetzt schon über 500 Abonnenten ok wenn euch dieses Video gefallen hat dann lasst mir doch einen Daumen nach oben abonniert diesen Kanal und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal bis dann tschüss ok 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 ok